Musik In diesem Jahr haben wir unsere Türen geöffnet. Wenn wissenschaftliche Experimente in literatischen Kursen oder wissenschaftlichen Kursen sind, möchten wir Ihnen heute unsere Schule vorstellen. Ich herzlich begrüße, begrüße auch im Namen des Lehrerkollegiums und des Schulträgers. Wie eben schon erwähnt wurde, möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unser Schulalltag geben. Dabei haben Sie die Möglichkeit, auch einen französischen Unterricht und einen türkischen Unterricht der Klasse 6 teilzunehmen für circa eine halbe Stunde. Und wenn du stehst, gemütlich bist und etwas appetitisch ist, dann nimm es die Ega von Menschen weg. La Cigalle aille enchanté tout l'été. La 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 la. C'est trop bas pour d'un pourvu, quand l'Abyss fut venu. Pas un seul petit morceau de mouche ou de fermiere. Elle a la 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 la, la 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 la. Ich bin Sabine Pfeffer, ich bin die erste stellvertretende Bürgermeisterin aus Lippstadt. Ich bin auch hier im Beirat des Gymnasiums Erinnerfeld und sehr gut bekannt zu den Herren hier. Schon seit mehreren Jahren verfolge ich mit Interesse die Entwicklung hier des Gymnasiums und komme deshalb immer gerne jedes Jahr, um zu gucken, was gibt es Neues, wie ist die Schülerzahl, was hat sich wieder getan, wie sieht das Engagement aus. Und ich freue mich sehr, dass es gut vorwärts geht mit dem Gymnasium hier und hoffe, dass wir bald die ersten Abiturienten haben und dass die Schülerzahl ständig steigt. Wir sind die Familie Grübel und die Schule ist eigentlich das Beste, was uns passieren könnte mit Tim. Wenn er früher nicht gerne zur Schule gegangen ist, jetzt muss ich um 5 Uhr irgendwann anrufen und fragen, wann kommst du nach Hause? Ja, ich bin Tim Brümel, bin Elvera, bin Gerhard, das Essen ist zu tun.